Hammerbraut ist definitiv die perfekte Frau, weil die ist einerseits eine Hammerbraut, sieht geil aus, weiß was sie tut, anzieht, macht mit dir abends morgens im Bett. Gleichzeitig ist es eine Hammerbraut, das heißt sie kann auch im Baumarkt auswählen und richtig die richtigen Schrauben anziehen, richtig hämmern. Also du kannst dich auf den Rücken legen und die Braut renoviert deine Wohnung. Hammerbraut.